Kaikau, meinst du XRP hat noch eine Chance zu steigen? XRP hat genauso eine Chance wie jede andere Kryptowährung hier auch. Und da der Hype langsam immer größer wird um XRP, hat man Grund positiv gestimmt zu sein, dass er diesen Bullern eventuell mal einen kleinen Hopps nach oben macht. Wie hoch und wie stark, das werden wir sehen. Das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Müssen wir einfach abwarten und sehen. Nein, mehr können wir jetzt hier nicht tun. Was wir auf jeden Fall sehen können ist, dass während andere Kryptowährungen sehr volatil sind, XRP sich eigentlich ziemlich preisstabil gehalten hat. Das muss man XRP wirklich lassen. Also viele haben das ja als Joke gesagt, dass XRP ein Stablecoin ist. Aber Unrecht haben sie auch nicht. Ich meine, während andere Kryptowährungen viel stärker gefallen sind, hat sich XRP eigentlich hier auf diesem Niveau, auf diesem Level relativ stabil gehalten. Also hätte man in dieser Phase hier irgendwo XRP eingekauft und immer wieder DCA betrieben, wäre man jetzt immer noch gut dran. Im Verhältnis zu anderen Kryptowährungen. Das muss man XRP auf jeden Fall lassen. Also in letzter Zeit war das nicht so schlecht. Der hat sich wirklich relativ stabil gehalten. Aber wenn man sich das anguckt, was hier gerade los ist, meine Lieben, guckt euch mal diese Triangle-Bildung an. Sowohl die langfristigen hier in Gelb, als auch die kurzfristigen. Also es deutet alles darauf hin, dass wir hier zur Zeit in einer extremen, extremen Stauchung kommen. Und meist kann man hier eine volatile Bewegung erwarten. Wenn man sich anguckt, was wir mit dieser Trend-Niveau gemacht haben, wo wir mehrfach Widerstand gefunden haben, haben wir zum ersten Mal, dass wir uns echt lange, verhältnismäßig lange zur Vergangenheit, wo wir einfach nur immer wieder so gepiekt sind, wir haben ja immer nur so einen Peak-Gesetz, starken Wick und sind dann eingesackt, halten wir uns jetzt relativ lange unterhalb dieser Trend-Linie. Und das Gleiche haben wir auch bei Bitcoin gemacht. Wir sind letztendlich nicht so wie hier oder dort oder dort gepiekt und sofort wieder runter, sondern wir haben uns erstmal ein paar Tage direkt unterhalb der Trend-Linie gehalten und haben jetzt diesen Ausbruch gesehen. Und ich denke, die Konstellation in den Charts bei XRP sieht ähnlich aus. Es sieht ähnlich aus. Wir halten uns jetzt ähnlich wie bei Bitcoin, jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Wix hier gegen, sondern wir halten uns jetzt direkt unterhalb der Linie. Und wenn wir uns angucken, dass wir sowohl vom Makro-Niveau aus als auch von den kurzfristigen Ansichten aus, kleinen Moment, ich nehme mal den logarithmischen Chart raus, dann werden die Trend-Linie hier auch Sinn machen. Also wir haben hier sowohl von der langfristigen Betrachtung mit der gelben Linie hier als auch mit der kurzfristigen Betrachtung mit der roten Linie hier oder dort besser gesagt eine sehr starke Konstellation, muss ich sagen. Es sieht wirklich danach aus, als ob schon bald ein Ausbruch kommen könnte. Warten wir das aber ab. Ohne Bitcoin passiert hier nichts. Blockchain-Backer hat ja auch auf Axe getwittert gehabt, was ich euch gezeigt habe, beziehungsweise einen Post gemacht, wo er gezeigt hat, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine 40 Axe beim Automated Market Maker Volumen auf der XRP-Ledger gesehen haben. Und das ist wirklich mal ein Hopser für sich. Das zeigt einfach, dass da irgendwo Anwendung im Hintergrund stattfindet. Hat das eventuell was mit dem Launch von RLUSD, mit dem Stablecoin, was sie rausbringen, zu tun? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Also es bleibt spannend. Man hat hier Gründe, positiv gestimmt zu sein. Wir dürfen aber nicht mehr so gehypt sein, wie in der Vergangenheit, dass wir denken, boah, ja, jetzt kommt's, wir gehen auf, was weiß ich, utopische Preisniveaus, weil dann geben wir, oder wir machen uns anfällig für den Fehler, dass wir zu stark gebeißt sind und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, wenn der eventuell nicht so gut performt. Und darum müssen wir bei jedem Projekt jetzt etwas ruhiger die ganze Sache betrachten und einfach, um einfach schnell erkennen zu können, falls ein bestimmter Topping-Bereich erreicht ist und damit wir auch dort schnell reagieren können. Und ja, falls jetzt einige denken, oh, der ist jetzt bearish gestimmt. Nein, bin ich nicht. Das hat nichts mit bearish gestimmt zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man als Investor wachsen muss, Erfahrungen sammeln muss und lernen muss, anders an die Dinge heranzugehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt bearischer bin als in der Vergangenheit. Nein, das hat was damit zu tun, dass man realistischer an die ganze Sache herangeht. Und wer die steuerlichen Aspekte natürlich richtig tracken möchte, um dem Finanzamt einen guten Finanzreport zu geben über die Krypto-Gewinne, der geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf CoinTracking und bekommt 10% Rabatt, meine Lieben, über unseren Link. Weiterhin könnt ihr auch euer gesamtes Portfolio tracken. Gestern im Livestream haben wir das Thema gehabt, ja, wie man denn sein Portfolio tracken kann. Wie stark bin ich noch im Plus? Wie stark bin ich im Minus? Euer ganzes Crypto-Portfolio könnt ihr hier auswerten. Ihr könnt CoinTracking mit den verschiedensten Exchanges verknüpfen über eine API-Verbindung und eine Übersicht haben, wie stark ihr letztendlich performt. bis zum nächsten Mal.